Der hat noch nicht mehr... Jetzt kannst du ja gar nix mehr machen. Miau! Warte auf da! Ich geh einfach direkt drauf. Aber warte mal, wie sieht denn das Team aus? Können wir das gewinnen? Weil ich brauche eigentlich echt Punkte. Das müssen noch ein paar. Das ist eigentlich ein Win. Das ist eigentlich ein Win. Warte, nicht, nicht. Martin, lass ihn sich unsichtbar werden. Siehst du den da? Nee. Der ist weggegangen. Ich weiß nicht, ob er unsichtbar ist. Mal gucken. Nee, da ist er nicht. Oh, er hat ja klappen können, ne? Klatsch. Träg mal Tarik, einer rein! Eine rein. Miau! Miau! Das Niederli, zeig dich her. Hübsche Dame. Ja. Oder auch nicht. Hat einen Timo gefunden! Ja? Okay. Er hat eine Bubble gebracht. Ey, was willst du? Ja, dich mal stun, ne? Warum sind hier nur zusammen? Oh! Fledermaus! Oh mein Gott! Okay. Ist Supporter-Time, oder was? Ist hier kaputt? Oh, jetzt, jetzt geht's ab. Jawohl. Chrissy hat schon mal First Blood. Aber ein Assist. Ja, ich, ich auch. Alle nur ich nicht. Super! Der Supporter kriegt keinen, ne? Vorher Vorteil, Vorteil. Zack! Ich will da echt rausgehen, weil ich den Kill nicht kriege. Was ist denn jetzt los? Mensch, ich hab mein... Was macht Timo? Timo, was ist der Hell? Ich hab ein Assist. Hier, ich halte dich nochmal. Oh Gott! Das ist Shit! Fledermaus! Lol! Was ist denn hier los? Random Flashes! Flashout? Warum nehme ich meinen Heiltrank an? Ne, hab ich zum Glück nicht. Oh, jetzt geht's los. I was hiding! Oh, kein getroffen. Tag da, komm schon! Jawoll, gut, Chris. Nein, ich hab keinen Assist bekommen. What the fuck, ey! Oh, riecht mich das auf. Chris, gut gemacht. Der war super. Oh nein! Natürlich! Jawoll, Chris! Beim Chris läuft's! Gut, dass es nicht nach Kills geht. Oh nein! Ich hätte ja echt den Minion. Ah, ich töte ihn mich. Ist mir egal. Randa! Oh, wie lange du haben jetzt auch? Jawoll! Oh nein! Ich töte ihn auf. Sehr gut! Chris räumt drauf. Komm her, Chris. Kriegst einen Wolf hier im Liki. Ja. Aber läuft doch, läuft. Ja, wie ist es oben, ey. Das musste sein. Wir machen, wer die meisten Assists hat, aber dabei am wenigsten noch gestorben ist. Okay. Einfach voll useless. Oh! Oh, 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 oh. Hier kommt, glaube ich, jetzt eine Ratte. Oder auch nicht. Ah, da ist sie ja. Oh no. Jawolle, Chris. Trau's all um. Oh nein! Nein! Ey, keine Ahnung. Was soll das? Miau! Mit den Pfeilen! Jawolle! Nein! Schön. Ich komme auf das Scheißspiel. Nein, ich will, ich, das ist Timo, ich kann nicht anders. Da, Timo. Bitte erst in die Falle reingehen, Timo. Timo, lass es sein. Ich muss den sperren. Jawoll. Ja, sehr schön. Ich musste einfahren, ich konnte nicht widerstehen. Oh, guck mal her. Sieh, haut ihn um! Haut ihn um! Es ist! Oh man. Diese Games. Diese Plays. Oh, da ist ein Anil wieder. Oh. Nein, das war Fail. Zum Glück. Aber der sperrt nicht. Oh, Fledermaus. Was? Activate me. Okay, darf man sich nur Items kaufen, die mal aktivierbar sind. Okay. Oh, was? Ey, ich habe nicht aufgepasst. Ich will mal lesen. Klatsch! Ja, schmeiß die Fledermaus. Lass mich in Ruhe. Das ist mein Busch hier. Lass mich! Jawoll, Chris, komm! Autoattack! Jetzt darf ich ihn umhauen. Hau sie um, Madin! Der Heal! Haut sie alle um! Jawolle! Der Chris, da geht er jetzt durch. Geht er da. Oh, nein! Okay, alles klar läuft. Komm, ich hole mir auch noch einen Kill. So. Jawoll! Alter! Du hast einen Penta? Nee. Nee, Chris hat einen Gold. Sechs Assists. Amort schon elf, ey. Ja! Aber die Gegner sind irgendwie komisch, oder? Ähm, ziemlich. Ich dachte, die machten jetzt dasselbe Spiel wie wir hier. Bin schon drauf dafür. Warum kriegst du denn Tower-Agro? Weil du halt die Meerjungfrau bist. Oh, der hat gesessen. Komm, haut sie rum. Komm schon. Jawoll, schön gemacht. Nein, was meinst du? Hello! Oh. Irgendjemand muss ja hier in diesem Schaden machen. In diesem Spiel. Ja, 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 ja. Das ist... Finde ich wichtig. Wenn ihr schon nicht alle sterben wollt. Never ever. Zack. Was, ein Game? Nein! Nein! Oh mein Gott. Warum? It's me! Komm mal den! Jawohl, Chris. Sehr gut. Jawohl. Gut, Chris. Komm. Quadra. Chris, komm, lauf. Nein. Schade. Aber nicht schlecht, Chris. Sehr schön. Das Schlimme ist, dass wir so eine Scheiße-Auge gewinnen, ne? Muss man schon sagen. Oh, da war ein Filz. Oh no, ich hab nicht getroffen. Hier. Ich wurde ignited. Jawohl. Nein! Ich hab ihn gekillt. Ich glaub's nicht. Lass mich in Ruhe. Temo. Ich darf nicht sterben. Instakill. Yes. Klatsch. Chris da, den Temo. Schnell. Ein Temo. Jawohl. Weiter. Mein Heal ist gleich ready. Ja, nicht mehr. Komm, immer weiter. Immer weiter. Jetzt hat das... Ah, gibt's doch nicht. Jawolle. Weißer mal, gegen was spielen wir hier? Ich weiß es auch nicht. Oh. Was ist das als Erfolgsrezept, um zu gewinnen? Was? Trollen? Jetzt darfst du. Wir brauchen die anderen nicht. Wir machen das zu zweit. Doch, doch. Die anderen müssen kommen. Ich brauch mehr. Es ist... Klatsch, da ist Temo. Da, Temo bitte. Oh, wie ich mein Speer in die Minions reinschmeiß. Oh, 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 oh. Da kommt der Speer. Nicht töten. Ja, jetzt komm. Jawolle. Sehr schön. Oh, ich will nicht. Nein. Jawolle. Jawolle. Ah, ne. Hm. Nein. Was macht der plötzlich für ein Damage? Warum hat der schon Rabadon? Das kann. Dieser Schlingel. Oh, für sie. Oh, jetzt. Oh, jetzt schnell weg. Lauft. Ich nehm mir den mal. Kann ich euch heilen. Sneaky, sneaky. Dann komm mal ran hier. Hello. Noah. Oh nein, der Madding geht rein. Warum? Ein Heal. Das müsste reichen. Komm. Jawohl. Jawohl. Weiter, weiter. Den Twitch. Jawohl. Oh nein. Nein. So close. Weißt du, was ich interessant finde? Ja. Bitte. Der kill ist deported. Ich dachte, er macht so silly kills. Jetzt hat er gerade mal einen kill. Geile. Läuft. Ich bin treu. Ich bin verarscht. Inhibitor. Ich liebe euch immer aufzuregen. Dieses Raging hört sich immer noch top an. Oh. Oh, lauf Chris. Oh mein Gott. Der Heal. Der Heal ist so real. Nein. Nein, mal bitte erst durch die Falle. Oh, jetzt wirft er. Drauf. Ich brauche einen besseren Heal. Jawohl. Oh, Aschleck. Ich nehme die dicht. Nein. Oh mein Gott. Ich will doch nicht. Kann die sich nicht weiter bewegen? Silence. Achso, sollen wir nicht mal den Inhibitor klein machen? Wofür denn? Auch weil es gut ist. Fledermaus. Oh, 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 oh. Was tötet denn doch? Oh, Madi. Jawolle. Nein, kein Assist. Mist. Nein. Wow. Nein. Ach, man, der hasst mich aber ganz schön, ne? Kann das sein? Maybe. Aber wer tut das nicht? So langsam sollte ich es ja gewöhnt sein. Oh, Mist. Jawohl. Komm, 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 komm. Nein. Oh, nicht mein Kill. Gut. Oh, fuck. Klatsch. Lauf. Komm mal hier. Oh, schade. Ich dachte, er kommt. Egal. Aber ich glaube, sneaky, sneaky, ne? Oh, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Klatsch ihn um. Oh, Mann. Sneaky, sneaky. Sehr schön. Es ist... Oh, no. Nein, 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 nein. Ich muss hier raus. Oh, mein Gott. Nein. Oh, lol. Das war close. Oh, nein, 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 nein. Ich will... Ich darf nie sterben. Ich darf nie sterben. Nein, ich will. Flash OP. Ich darf nie sterben. Ich mach schon die Kills für euch. Das passt schon. Der Supporter macht diesmal die Kills und die AP Carries und so, die schauen zu. Ja, ich hab leider auch schon Kills. Das ist richtig schlecht. Kommst du da ran? Ich hab 30. Achso, äh, Kills. Es ist... Natürlich, 30 ist er. Oh, der Speer trifft. Jawohl, jetzt dürfte er. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Jetzt terminiert mich auch. Ja, genau. Fuck you. Chris, komm ran da. Denn sie will, ja. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt, Chris. Ja, holt euch den. Oh, Mann. Oder Fiddle. Oh mein Gott. Du bist weggegangen. Du sollst alle weggehen, ey. Es ist so genial. Da Speer. Glaubst ihr, die... Jawohl, sehr schön. Glaubst ihr, die haben das Spiel schon raus, was wir machen? Nee, ich glaub nicht. Ich glaub auch noch nicht, dass sie das begriffen haben. Ich darf nicht sterben, meiner. Jawohl, ich hab irgendwas getroffen. Du. Ich, äh, 7330. Läuft bei dir. Ja. Das wird ne perfekte Runde mit Assist. Da war irgendwas. Ja, ja, still, 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 still. Der Heal. Komm schon. Jawohl. Morr, Assist. Ja, sehr schön. Jetzt, jetzt, jetzt. Komm schon, hier. Heal. Jawohl. Ach man, ich werd immer igneite. Oh nein, ich, ich, ich muss weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ey, der hat 34, alter. Ich will nicht. Volle Cheater. Ja. Watt, watt, watt. Der macht halt nur Damage und kann halt alles zippen, ne? Oh, da krieg ich doch immer noch einen Assist, ey. Ja. So is it. Gib her. Mein bei 48 Kills und 36 Assist ist so gelaufen, ne? Ich rip den Tower jetzt, ey. Rip den Tower. Ah, jetzt drauf der Chris. Wie der Chris keine Fähigkeiten benutzt. Nein, nein, ich will nicht. Oh mein Gott, ich muss mich verteidigen. Nein, 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 nein. Ich muss weg, ich muss weg. Hau ab da. Hau ab. Stirb. Assist. Go. Oh, Pilz. Oh, der Heal. Alter, ich bin kein Tank. Warum fokussst du dich um mich? Weil du die Kills machst. Nein, ich hab Kill gemacht. Sehr gut. Zack. Boah, ich mach so kein Damage schon, ne? Okay. Oh, jawoll. Da hast du sie. Migi. Morgana hat null AP. Genau null. Geil, ne? Jawoll, komm, Chris, hier. Kriegst du ein Heal, Chris? Außerum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, dass du keine AP hast und kein Damage machst. Und trotzdem zwei Kills. No. Jawolle. Sehr schön. Hacke. Boah, wir sind doch crazy, ey. Wo soll der gerade mit seinem verfickten Pog da haben? Chrisi, jetzt noch mal drauf. Ist ein Ei. Nö, nö. Nö, 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 nö. Platsch. Nein. Ihr dürft auch gerne noch helfen, ne? Ja, mach ich ja. Da, guck mal, Chris, jetzt, jetzt Katze, komm. Jawoll. Nein, sterb nicht. Bitte sterb nicht. Kuhfarmen Minions. Weißt du, die haben es jetzt endlich mal raus hier? Als ob. Ich meine, der Martin hat meine schon geschrieben, ne? Oh, jawoll. Martin kriegt ihn hier. Oh mein Gott. Was macht ein Tarek hier? Egal. Nein, ich bin gestunt. Lass mich doch. Lass mich in Ruhe. Jawoll. Hilfe. Hilfe. Hilf dem Ramon. Hilf dem Ramon. Ich hab's verstanden. Ich helf ja schon nicht. Ich trau mich. Ihr Schweine. Martin, schnell den Heel. Nein. Oh mein Gott. Hilf. Oh, da kommt die Ulti. Nee, ich bin weg. Ramon, die Heels einfach wegnehmen. Ja, deswegen hab ich ja nieder, ne? Weil es so läuft. Komm, da kann ja auch ran, ja. Klatsch. Aber das war's. Bitte nicht, bitte nicht. Jawoll. Komm hier, Anivia. Warte, Speer kommt. Jawoll, jetzt darfst du. Jawoll. Oh mein Gott. Richtig gut. Schön. 10.000 Gold, ne? Oh, jetzt darfst du. Oh, die Ulti. Oh, den dürft ihr auch. Nein. Ich hatte den hier. Nice. Oh, no, 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 no. Da kommt irgendwas Böses. Immer diese KS-er. Charge. Boah. In den, in den Tower rein. Läuft. Warte, wen holst du hier? Temo. Okay, jetzt hab's er. Warte, 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 warte. Der hier. Ich will nicht. Lasst mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Nein, ich darf. Oh Gott, das will nicht sterben. Chris, komm schon. Mein Grüß. Oh mein Gott. Du wolltest dich noch heilen. Oh, lass den ich mich verrecken. Boah. Ne, der Heal war durch. Ich wollte dir kein Schild mehr geben. Oh, der ein Kill macht, lass den ich lieber verrecken. Alles klar. Was war wow aus? Oh, Miki, Miki. Warte. Da, die Falle kommt. Jetzt darfst du. Komm, komm doch mal ran. Ja, komm doch mal ran. Oder lieber nicht. Oh, nee. Da ist Fiddle. Da. Ja, da ist irgendwo Fiddle. Da, da ist er. Gefunden. 46. Oh. Nein. Nein. Sag mal, ich bin gestorben. Nee, eben. Komm, genau. Drauf da. Der Fiddle ist da. Ich wusste es. Ey, ich bin doch schon weggegangen. Warte, warte, warte. Ich komme. So, den darfst du schon mal. Den auch. Komm, Martin, hier. Heal. Heal ist durch. Martin, komm, zeig, was du kannst. Fang sie dir. Schnapp sie dir alle mal hin. Guck mal, der krieg sie. 46 hat der, Alter. Jetzt hol sie dir schon. Martin. Martin, was machst du? Nein. Oh mein Gott. Ja, komm, hier. Na, schade. Tarek getroffen. 46 assist, ey. Und 7-0. Läuft. Ich hab schon gedacht, ich wäre gut dabei. Oh, jawohl. Weiter, weiter, weiter. Komm, Nami. Nami, carry sie all. Der Twitch. Jawohl. Auf. Jawohl. Sehr schön. Nummer 1. Nein. Ich hab dich noch gehealt. Klatsch. Oh, guck mal. Das ist ein Heal, den brauch ich. Flash hat CD. Sonst hätte ich ihn schon geused. Ah, herrlich. Jawohl. Jawohl. Jetzt geht's rund. Da geht er rein. Der Martin. Nein. Oh mein Gott. Warum geht die denn immer auf mich? Ich weiß nicht. Hab ich den hier als assist? Doch, ne? Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin ein bisschen drauf. Ich schaff das. Wie alle weggehen. Oh mein Gott. Äh, ja, nee. Nee. Nein. Fiddle. Genau. Holy Morgana. Egal. Komm her. Krieg's ihn hier. Klatsch. Attack da. Attack. Ja. Guck mal, der bleibt einfach stehen, ey. Es ist doch so zum Heulen. Jawohl, Chrissy. Immerhin einer macht's mit. Man muss ihn mit dem Random machen. Mit dem Random. Und der kriegt dann alle Kills. Jawohl. Den haben wir auch schon mal. Den haben wir auch. Ach, schade. Kurzer vor, Marin. Bin noch weggegangen. Wo ich gesehen hab, dass du ein Sperr warst, hab ich abgedreht. Da, hier. Temo. Temo. Jawolle. Komm, komm, rekt. Komm, lauf. Oh mein Gott. Flash. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh, oh, oh. Da war ein Pilz. Wie kommt der denn da hin? Teleport Temo-Pilz. Ich bin nicht da. Lass mich in Ruhe. Meine Heels. 70 zu 40. Ah, schön, ey. Ich hab 12.000 Költe. Einmal verreckt, ne? Ne, kein einziges Mal. Das ist die Range, ne? Ja, es ist halt OP. Mit der Heilung, mit den Fallen und mit dem Sperr. Krieg schön Assists. Da, der ist zum Abschluss freigegeben. Oh, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt, jetzt geht's los. Schönes Ding. Oh, nein, 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 nein. Ich darf nicht sterben. Oh mein Gott. Ich versteck mich hier. Nein, 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 nein. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Lass mich in Ruhe. Sehr schön. Hier ist die. Hier ist die. Nein, ich bin gestunnt. Nein, oh mein Gott. Nein, hau ab. Chrissy, das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Ah, ha, 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 ha. Den Heel, der war voll ohne Ende, der sitzt in den Heel extra. Geil. Aber da, da flasht er sich durch den Heel, was ist das denn? Was war das denn für ein Fake? Der wollte mir echt den Heel wegnehmen. Und er hat sich das ganze Spiel über dafür... Aufkurwahl. Oh, ich hab Tränen in den Augen, ey. Schön. Oh, komm schon. Sehr hammer. Chrissy, das war so epic fail. Nein, ich darf nicht sterben. Komm schon, komm schon, komm schon. Der Martin geht extra weg. Nein, Heel, Heel sie. Heel sie da. Oh mein Gott. Jawohl, dankeschön. Ich hab auch einen Heel bekommen. Nice. Nice. Zack, Speer, läuft. Ich mag kein Damage. Chrissy. Das hab ich, glaub ich, nie vergessen. Ah, noch ein Speer. Haut so um. Okay. 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 Jawohl. Oh, da ist ein Ei. Da ist ein Ei. Legendary. Ich kann nix machen. Oh mein Gott. Hilf dir. Warte. Gleich hab ich einen Heel. Fiddle. Da ist der Heel. Micky. Lauf, Micky. Oh mein Gott. Speer. Nein, daneben. Ah ne, der Falle. Okay. Oh, da kommt der Martin. Schnell Martin heilen. Jawolle. Auto-Attack-Name. Carries them all, ey. Aber richtig hier. Schnell, schnell. Ich brauch nur ein Assist. Oh, schade. Oh, ich hab echt Tränen in den Augen, ey. Es ist... Oh, Wahnsinn. Carries, carried euch alle. Oh, Wahnsinn. Was für ne geile Runde. Dat, dat war richtig gut. Zeig mir her, was haben wir denn? 8, 0, 62 läuft. Mit Kelch-Füße. Und ich hab noch meinen Keks. 43 Kills. Läuft bei mir. 62, meine... Läuft bei mir. Da war. Da war axel. toothpassful.